Herzlich willkommen in der Firm-App. In diesem Tutorial-Video geht es um die App und ihre wichtigsten Funktionen. Die Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand beinhaltet die Menüpunkte Dashboard, Kalender, Infoecke und die persönliche Firmgruppe. Das Dashboard ist die Übersichtsseite über viele neue Aktivitäten, die innerhalb deiner Firmgruppe stattfinden. Kompakt siehst du zum Beispiel die nächsten Termine oder anstehende Aufgaben. Im Kalender kannst du Termine und Ereignisse einsehen, so wie diese verwalten und erstellen. Mit der Exportfunktion kannst du Termine auch in deinen normalen Smartphone-Kalender überführen. Du möchtest dich rund um deine Firmung informieren oder andere spannende Inhalte zum Glauben oder zur Kirche entdecken? Dann klick dich durch die Infoecke. In deiner Firmgruppe findest du Informationen, Aufgaben, Umfragen und Quizze, die dich auf deine Firmung vorbereiten. In der Firmgruppe und in der oberen Menüleiste befindet sich der Chat. Dort kannst du mit Gruppenleitern deiner Firmgruppe in Kontakt treten. Das Profil befindet sich in der oberen Menüleiste. Hier kannst du dein Profil anpassen und zum Beispiel dein Icon ändern. Ebenso kannst du Notizen erstellen und deine gewonnenen Badges einsehen. Die Benachrichtigungen sind in der oberen Menüleiste zu finden. Dort kannst du alle Ereignisse und Neuigkeiten auf einen Blick sehen. Die Aufgaben in der oberen Menüleiste leiten dich direkt zur Übersicht deiner aktuellen Aufgaben weiter. Mit dem Übersichtsmenü in der oberen Menüleiste kannst du weitere Optionen einsehen, die App-Einstellungen anpassen und deinen Gebetswecker einrichten. Ebenso sind hier viele interessante Inhalte zum Bonifatiuswerk und zur Firmaktion zu finden. Gibt es noch Fragen? Dann einfach eine Mail an firmapp.bonifatiuswerk.de schreiben. Viel Spaß mit der App!